Weber Repduo Betonsanierung Vier Anwendungen mit nur zwei Produkten Bei der klassischen Betonsanierung sind bis zu vier Produkte notwendig, um Schäden an Band- und Deckenbauteilen zu sanieren, nämlich Korrosionsschutz, Haftbrücke, Reparaturmörtel und Feinspachtel. Mit der neuen Weber Repduo Betonsanierung gelingen alle notwendigen Anwendungsschritte mit nur zwei Produkten. So sparen Handwerker Arbeit, Zeit und Lager Platz. Die Produkte eignen sich für den klassischen Einsatz im Bereich von Wand- und Deckenbauteilen. Auch statisch relevante Bereiche lassen sich mit dem System sanieren. Es entspricht der höchsten europäischen Anforderungsklasse. Neben der dualen Anwendung überzeugen die Produkte durch sehr gute Haftung, hohe Druckfestigkeit und feines Oberflächenbild. Weber Repduo erfüllt vier Anwendungen mit nur zwei Produkten. Korrosionsschutz und Haftbrücke in einem, Betonersatzmörtel und Feinspachtel in einem. Und das System erfüllt zudem die höchsten Anforderungen der EN 15043 Klasse R4. Weber Repduo Betonsanierung. Vier Anwendungen mit nur zwei Produkten.